Hallihallo und herzlich willkommen zur angekündigten Stream Ankündigung und zwar wird der Pokemon Light Platinum Livestream morgen planmäßig, so ist es jedenfalls geplant, deswegen planmäßig, um 18 Uhr starten auf meinem Kanal twitch.tv slash let's navic. Ich hoffe euch da zu sehen, die Aufnahme des Ganzen wird auf den YouTube Kanal später kommen. Trotzdem hoffe ich euch im Livestream zu sehen, damit wir mal ein bisschen quatschen können, wir uns näher kennenlernen und ihr nicht nur mich kennt, sondern ich vielleicht auch euch und ja, schaltet einfach morgen ein, ich würde mich freuen, das ist Samstag, falls ich es noch nicht erwähnt habe, Samstag ist morgen, morgen ist übrigens Samstag, das stream ich ab 6 Uhr auf twitch.tv slash let's navic, ein bisschen Pokemon Light Platinum und dann geht es weiter mit den Abenteuern nach Folge 44, die auch am Samstag, also morgen um 14 Uhr online sein wird. Bis dahin, ciao!